Zwei YouTube-Stars. Ah ne, jetzt weiß ich es nicht. Wir sind heute auf der You. Ja genau. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute auf der You, auf dem You Festival. Und zwar sind wir, die Polizei Berlin, natürlich hier auch vertreten. Weil wir sind dabei immer noch neue Leute dazu zu bekommen. Gerade euch jungen Mädels, dass ihr auch mit dabei seid. Dass ihr euch über unseren Beruf informieren könnt. Und ich bin auch richtig stolz hier zu sein. Also erstmal ist das mein erster Auftritt so außerhalb von der Polizeiakademie. Was natürlich auch nochmal richtig aufregend für mich ist. Und aber ich war auch mit meiner Schule damals bei der You Messe. Hab mich selber informiert über verschiedene Jobs. War damals sogar auch beim Polizeistand gewesen. Leute und jetzt geht's los. Schaut euch die Meck an. Wir werden auf jeden Fall einen richtig coolen Tag haben. Also let's go. Wir wünschen euch viel Spaß auf der You 2090. Und während 14 Uhr geht's weiter mit der Forschung der Polizeiakademie. Die Polizeiakademie. Ich bin auch super. Ich bin auch super. Lass uns kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich binzza. Ich bin ja. Du bist ein Problem. Ich bin auch sehr. Und ich bin ja. Ich bin ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt gucken wir uns jetzt raus, noch mal ein bisschen das Geländer an. Das Wetter legt ja dazu ein. Das war unser Tag auf dem New Summer Festival. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sogar bei uns am Stand gewesen seid, dann schreibt das bitte einmal unten in die Komponenten zu betreiben. Und ja, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und du weinen in der ersten Grenze.